so da sind wir auch schon wieder dark souls zack gut wieder hergestellt spielen wir den dritten teil und nachdem er gerade eben so erfolgreich und den dancer hier bezwungen haben machen wir es doch versuchen wir das doch auch noch mal das lief doch prinzipiell gar nicht mal schlecht er kann mir sehr einfach vor entweder weil er sich überhaupt nicht für mich interessiert hat oder ich ziemlich gut ausgewichen bin wobei erster das wahrscheinlich erde zutrifft so jetzt ist ja natürlich nirgends sein deswegen doch hier man hört ihn nämlich immer da ist noch einer so zwei so lang es hat nicht funktioniert oder und wir haben nichts drauf der sieht gefährlich aus alles muss ja nichts heißen schauen wir mal was der chat schreibt nichts okay agree oh man das muss doch möglich sein da jemanden zu beschwören hier die wanderhure jetzt schon sympathisch ich bin auch deutsch das es geht so ein bisschen danach oder wir warten aber noch auf einen warten wir noch kommt auch noch gleich einer hoffe ich ja nein hey du kannst nicht beschworen werden je mehr desto besser sage ich immer ach komm schon wieso wieso fickt mich dieses spielgraf wieso rasiert es mir die eier da sehen wir nicht die eier hier guck mal genau hier ist ein kann nicht beschworen werden ihr könnt nicht beschworen werden das ist wahrscheinlich weil hier wieder hier das grad aufgetaucht da tausend leute stehen und alle das gleiche wollen sex finster geist so leer ist eingefallen na da danke ich doch aber wenn wir ganz leise sind liebe kinder rafft das vielleicht nicht jetzt kommt er doch er hat es auf mich abgesehen tötet ihn tötet ihn verfolgt ihn 17.000 hat der neu gegeben ich bin enttäuscht was war da denn gerade Phase ich sehe nichts da ist er der gefällt mir heißt dann heißt dann gefällt mir das ist ein cooler dude hast du gut gemacht hat auch ordentlich was fallen gelassen so liebe leute ich glaube man kann immer noch zum boss gehen ich hätte es auch einfach zum boss gehen können hier greift ihn an er hat es auf mich abgesehen lasst mich mal die seelen holen liebe leute ihr macht das schon gut zurückgehalten das ist wunderbar oder seelen das ist ja jetzt nicht mehr das gut im bloodborne war es noch gut jetzt sind es nur noch seelen das finde ich ein bisschen fies so jetzt holt er sich da einfach noch unschön man ist sich da auch nicht so einig ich finde auch das mit diesem flakon die anderen leute zu heilen irgendwie geiler achso er fand es nicht so geil da warte ich ja immer noch scheiße ach komm schon das ist seine linke Nummer was glaubst du es her soll ich mal nicht so anstellen scheiße okay jetzt holt er da noch sein dunkelschwert raus guckt euch das an was das für angriffe sind meine damen und herren was machst du denn was mach ich denn loswanderhude auf ihn kommen wir mal noch den hier ach ne der geht doch jetzt nicht drauf gerade eben lief das noch so gut huiuiui er hat es auf mich abgesehen es guckt mich an ich ziehe ihm gerade auch nix ab beziehungsweise nicht das was ich gerne möchte ah super jetzt ist die wanderhude gestorben super super Das war's. Das war's. Also ich finde die ziemlich heftig, muss ich sagen. Also ich kann nicht nachvollziehen, warum ihr sagt, dass die einfacher sein soll. Aber wir machen das jetzt mal anders. Wir gehen mal alleine hin. Versuchen das. Betrug, Verrat. Hängt ihn auf. Scheiße. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Nun gut. Versuchen wir den mal alleine. Das haben wir schon zu verlieren. Da liegen meine Seelen. Da muss ich hin. Einmal ganz kurz. Kann mich jetzt schon mal heilen. So. Jetzt mal drauf. Okay. Ja, habt's. Dass ich da immer tritt. Nein. Nicht gut. Das war jetzt aber auch dumm. Der lässt sich da aber auch Zeit. Na komm. Wie geschmeidig er auch wartet. Einer deiner Nachrichten wurde bewertet. Na, da danke ich doch. Mein großer Traum ist endlich in Erfüllung gegangen. Aber ihr habt recht. Scheiße. Wieder tot. Oder? Ja, natürlich bin ich tot. Ach man. Ich hasse Gegner, die greifen. Gegner, die greifen. Sind wie Gegner mit 1,4 Milliarden Armen. Das ist einfach unfair. Das ist doch kacke. Nee. Mein Name ist so. Moment. Hier muss ich hin. ach komm ich bin ich bin weg wenn es jetzt wieder ein instant kehl ist gibt es aber scheiß ficken zum kotzen einfach nur zum kotzen ganz gefährlich meine mutter hatte euch nicht lieb ist mir doch egal ach komm schon was sollen diese bitch moves ich muss ja meine seelen die sind wichtig so das sind jetzt das war ja wohl in der rolle ja 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 What the f... 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 Ich fühle mich irgendwie in die Ecke gedrängt von dir. Immerhin greifst du jetzt nicht mehr. Kann man den eigentlich parieren? Und wenn ja, warum funktioniert meine L2-Taste nicht? Das ist doch scheiße. Der Boss geht mir einfach nur tierisch auf den Sack. Und sagt auch noch, Kuchenkasper ist einer der einfacheren Gegner. Dann sage ich dir, Kuchenkasper, du bist ein Lügner. Und fertig. Am besten wäre es einen zusammen, aber das will ich jetzt nicht. Ich habe keinen Bock immer Glut zu verwenden, für alles. Hey, ihr geht mir auch so tierisch auf den Sack. So, jetzt Kuchenkasper. Vielen Dank. Ich hoffe das alles nicht, was der da macht. Achso, der holt da jetzt ein Cineblade raus. Vielen Dank. Ich versuche einfach behaglich zu bleiben. Behaglich bleiben. Aber natürlich, wenn er mich mit einem Ding killt und ich nicht pushen kann, ist es natürlich scheiße. Hätte ich locker geschafft. Hätte ich locker geschafft. Und jetzt? Vielen Dank. Ich habe ja keine BD. Ich habe ja keine gescheiten Waffen, Leute. Das ist ja das Problem. Alle Waffen, die ich habe, hier, das skaliert auf B. C schon. Das ist, glaube ich, noch so das Höchste der Gefühle. Ich meine, es gibt halt keine geilen Waffen. Alles ist auf D. Oder E. C ist da noch so das Geilste. Hier, das ist auch C. Die Kack-Keulen. Das hier kann ich benutzen. 24. 25. Wollen wir das mal hier versuchen? Das Ding hier. Hier auf A. Let's try it. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Ja, das ist doch einigermaßen schnell. Machen wir das doch. Vielleicht ist das ja. Vielleicht ist er ja wach. Und wenn das Messer was taugt und sich für gut erweist, können wir das ja auch mal aufwerten. Das ist zwar nicht meine Weapon of choice, aber muss nehmen, was man kriegen kann. Die gesehen, wie mich das herangezogen hat. Habt ihr vor allem gesehen, was das für eine scheiß Attacke ist? Auch die Attacke hat mich nicht getroffen. Definitiv nicht. Und Julia meldet sich mal wieder nicht. Kotzt mich an, sowas. Ich glaube, die Waffe taugt nicht. Oh ja. Ich darf das nicht. Jetzt leck mich am Arsch. Was machen wir denn jetzt? Ne, ich habe keine Titanit-Scherben zum Verstärken. Geschweige denn, irgendwas damit zu machen. Ja, Eddie nutzt das jetzt immer noch. Er nutzt es immer noch. Wie weit sind die? Die sind in diesem Gebiet also verdammt nochmal am Anfang. Also das ist ja das ist ja Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So, Glut. Hier, 37 Glut. Holen wir uns einen, der hoffentlich was taugt. Wechseln die Waffe, weil die Scheiße ist. Und dann warten wir. Ja, das ist mir egal. Du kannst, in Dark Souls 3 kannst du mit jeder Waffe kämpfen. Das ist relativ Jacke wie Hose, weil alle gleich beschissen sind. den will ich nicht rufen, dem traue ich nicht. Und dir traue ich. Er kann nicht beschworen werden. Und dich will ich nicht beschwören. Und dich will ich beschwören. Nutz mal deine ganzen Seelen. Nö. Das hat nicht funktioniert, oder? Doch. Und dann mal los. Und weder taugt nicht. Darf sich nur nicht greifen lassen. Dann ist alles easy. So, das läuft doch prinzipiell schon ganz gut. Gut. Und... Und... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020